Hallo meine lieben Leute, wir sind wieder hier zusammen mit einer wunderschönen Frau, mit Catalina Durango, die uns ein bisschen erzählen wird, erstmal wer sie ist, für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Hallo, guten Tag, danke Brenda, ich freue mich wieder hier neben dir zu sein. Mein Name ist Catalina Durango, ich komme aus Kolumbien und ich bin Ernährungsberaterin nach den fünf Elementen, Küche und Astrologin. Ja, eine ganz interessante Frau ist Catalina, wir haben sie kennengelernt in unserem ersten Video, Makrobiotik, bewusstes Essen oder bewusstes Ernährung, bewusstes Ernährung. Heute werden wir auch ein bisschen in der Richtung, doch in dieser Richtung bleiben und zwar werden wir über das Nummer Key erzählen. Wir werden, sie werden uns zeigen, wie wir auf diese Nummer kommen, was ist diese Nummer und wofür brauchen wir denn so dringend eigentlich. Also Catalina, hier, alles sind deins. Also du kannst anfangen und uns alles bitte erzählen. Ja, der Key, das kommt, aber es gibt einen kleinen Teil auf der chinesischen Astrologie, die erzählt uns, wie wir als Menschen kosmologisch verbunden sind. Mit dem Geburtsdatum einer Person und einer Kalkulation kann ich entdecken, welche deine Schiennummer ist. Wofür ist das so wichtig und so interessant, weil wenn du deine Schiennummer kennst, und dann kennst du auch, welche Organe in deinem Körper beherrschen deine Energie. Und dann kannst du auch sehen, ob diese Energie in Harmonie ist oder in dieser Balance. Und wie durch Lebensmittel, du kannst das harmonisch machen. Das ist so toll. Sie hat mir auch gezeigt, wie ich das kalkuliere. Und ich kam auf meine Nummer auch und es hat total gepasst. Also ich war echt überrascht, was sie gesagt hat über diese Nummer und meine Eigenschaften, meine Gefühle, wie ich damit umgehe und so. Es war wirklich eins zu eins. Und diese Erfahrung hattest du aber auch. Hast du mir auch erzählt? Ja, das war für mich auch unglaublich. Das war für mich so wie eine Tür. Das hat mir eine Hoffnung gegeben, das Leben anders zu leben. Da hat alles sich geändert. Und deswegen möchte ich das gerne zeigen, weil es gibt Personen, die vielleicht Interessante das auch finden können. Ja, ich finde es so schön, einfach zu teilen, was man auch als schön erlebt hat. Und wo wir auch Hilfe bekommen haben für uns selbst, für unsere Entwicklung, für unsere Gesundheit. Ich finde es so wichtig und wunderschön auch, das auch zu teilen. Deswegen machen wir dieses Video auch. Und okay, Catalina, dann zeig uns einfach, wie wir diese Nummer bitte kalkulieren. Dann fangen wir so an, Brenda. Für die chinesischen Astrologien, der neunsterne Xi, so heißt das, neunsterne Xi, denn das Jahr fängt an erst ab 4. Februar, ja? 4. Februar für die chinesische Astrologie, die ist das, was ich mache. Das hat zu tun mit dem Ishing und seinem kleinen Teil, ja? 4. Februar, 4. Februar, so wie für uns, 31. Dezember, Silvester. Ja, da fangen wir, das ist das, die erste. Dann, wenn du bist geboren, bevor 4. Februar und dann dein Geburtsjahr und ein Jahr weniger. Ich mache ein Beispiel gleich. Wenn du bist geboren, wenn du geboren bist ab dem 4. Februar, dann zählt das Jahr, wo du geboren bist, ja? Beispiel, ich bin geboren am 13. Januar 1980, ja? Ich bin geboren am 13. Januar, es ist vor dem 4. Februar, ja? Okay, denn dann, für mich wäre es das 80, ich bin geboren in den 79, weil der Jahr hat noch nicht angefangen für die chinesische Astrologie, merkst du? Okay, und dann was mache ich? Wenn ich jetzt weiß, dass es ein Jahr weniger, dann ich rechne, diese Nummer, bis ich eine einzelne Nummer habe. Ich habe eine Frage, Catalina, hier. Weil bestimmt die Leute, die am 4. Februar geworden wurden, werden fragen, ja, und gehöre ich sofort hier oder nachher? Ja, wahrscheinlich? Dann, ich erzähle, ja, ich kann gleich erzählen ein bisschen, welche ist die Energie Nummer 1 und welche ist die Energie Nummer 9. Und dann musst du selbst schauen, in welcher Frequenz hast du eine Tendenz, wo du hast das Gefühl, okay, ich bin diese Nummer oder ich bin diese Nummer. Oder auch kann es sein, dass du hast von beiden, von 1 und von 9. Und das ist super lustig, weil in Polaritäten, 1 ist Wasser und 9 ist Feuer. Und dann ist deine Selbstbeobachtung und musst du gucken, wo besser für dich das passt, ja? Interessant, okay, danke. Nein, guck mal. Hier zum Beispiel 9 plus 1, 10 plus 7 plus 9. Dann hier haben wir 17 plus 9. Dann haben wir 26. Dann 8. Hier habe ich jetzt nur eine Nummer, ja? Wenn ich eine Nummer habe, dann mache ich eine Minus. Minus 11. Egal, welche Nummer du hast, immer Minus 11. Warum? Weil das hat zu tun mit einem Prozess, immer machen eine Tabelle, die jetzt ist so langer und nicht interessant, so klappt das auch. Egal, welche Nummer, minus 11, dann 8 minus 11 ist 8, 9, 10, 11, 3. Das bedeutet, dass meine Schuhnummer ist den 3. Ah, ich nehme nur, also nur die Geburt, nicht das ganze Geburtdatum, sondern das Geburtjahr, Noah. Nur das Geburtjahr, weil das ist ganz generell, ganz generell. Und dann, wenn eine Person möchte, etwas mehr individuell, mehr einzigartig, dann müssen wir jetzt eine Diagnostik, eine persönliche One-to-One Gespräch und dann kann ich mehr tief gehen. Aber trotzdem, das hat mir geholfen. So habe ich angefangen, meine Änderung von meiner Realität. So habe ich angefangen, das ist so wie, ich kann mir vorstellen, so wie die Nummer 3, ist die Farbe Rot. Und dann kommen verschiedene Nausen noch dazu, von verschiedenen Farben, je nachdem, in welchen Tag du geworden bist, in welchen Monat du geworden bist. Und dann kommt ein bisschen ein hellrot, ein dunkelrot, ein bisschen mehr violett und so weiter. So kann ich mir das vorstellen, ne? Das ist total interessant, sehr, sehr schön, ja. Das ist wirklich, man glaubt das nicht, aber das ist super interessant, weil genauso wie du sagst, das hat einen Besuch mit einer Farbe, mit einer Emotion. Da fängt man mit anderen Augen, das normale Sachen zu sehen, ne? Zum Beispiel, wir sprechen zum Beispiel über die Schien Nummer 1. Eine Person hat ihre Kalkulation gemacht, es geworden zum Beispiel ab dem 4. Februar. Keine Ahnung, stellen wir zum Beispiel zum 4. September 1983. 83, 83 machen wir, aber hier haben wir 10 plus 8 plus 2. Dann haben wir 18 plus 2. Dann haben wir hier 20. Dann hier ist ein 2. Jetzt haben wir eine einzelne Nummer, ja? Und dann 2 minus 11. 2 minus 11 gibt es 9. 9. Das wäre zum Beispiel ein Schien Nummer 9. Aber, wenn es das hier 82 ist, ich mache ein 81, dann vielleicht gibt es uns ein Key 1. Wie mir? Die ist 18, die ist 19. Hier ist 19. Hier haben wir 10. 10 minus 11. 19 wäre 1 plus 19. 10 plus 8 ist 18. 80 plus 1 ist 19. Ja, und dann hier 19, 1 plus 9 ist 10. Aha. 10, 1 plus 0 ist 1, ja? Und 1 minus 11, 1. Das ist immer 1. Also hier und hier ist Nummer 1, ja? Und dann. Welche ist die Tendenz, das Wichtigste, das mir auffällig ist für die Nummer 1? Eine Person mit dieser Schiennummer, Nummer 1, diese Personen haben ihre Energie aus den Niedern. Aus den Niedern und aus den Blasen, ja? Ihre Saison ist im Winter. Der Geschmack ist salziger. Der salziger Geschmack stimuliert diese Energie. Die Emotion ist zum Beispiel Angst, wenn die Energie in Distorsion ist, in Disbalans ist, in einer Disharmonie durch Lebensmittel. Die Person ist beherrscht vor der Angst. Angst, zum Beispiel meine Träume zu verwirklichen. Angst, Grenzen zu setzen. Angst, etwas zu verlieren, wenn ich mich traue, das zu machen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das mein Herz bringen will. Aber ich traue mich nicht, weil ich verliere das und dann, ich weiß es nicht, ob ich das verlieren möchte. Kein Risiko. Ungefähr, das ist die Energie in Disharmonie. Und wenn die Person durch Lebensmittel diese Energie in eine Harmonie bringt, dann ist die Person merkwürdige, die Person traut sich, auf sich selbst zu hören und diese Sachen auf die Ideenwelt konkret zu machen. Vergessen wir nicht, dass Niedern, Wasser, Winter ist Ging. Es ist extrem Ging. Das ist das, das ist, wie kann ich mal das sagen, von allen Energien, die Nummer eins ist mehr Ging als alle andere Energien. Es ist eine Polarität, ja, um so zu sagen. Und welches Element ist das? Wasser. 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 Wasser, Niedern, Winter, salziger Geschmack. Und dann zum Beispiel, diese Personen, das, was ich bemerkt habe, die Personen, die haben ein Schiff Nummer eins, sind Personen, die haben ein sehr inneres Leben. Die haben ein sehr viel Mentalaktivität, aber von draußen, man sieht dann diese Personen, die sind sehr süß und sehr ruhig. Und das ist, weil sehr oft, die trauen sich nicht, zu sagen, was sie denken, weil sie viel Angst haben. Und das, was passiert, und das ist unglaublich, die sehen durch in deinem Leben dominante Personen. Dominante Personen, die jedes Mal mehr, so wie invasiv zu ihrer Welt sind. Und das ist ein Spiegel. Die Person sieht das nicht drinnen in ihr und dann das Leben schickt dominante Personen. Und das ist, damit diese Personen explodieren und sagen, ey, komm bis hier. Also du kommst nicht in meine... Aber es gibt Personen, die, weil die, das ist auch eine andere Besonderheit von dieser Energie und die Ausdauer, die sie haben. Die haben eine super Anpassung. Ich anpasse mich auf die Situation. Ich anpasse mich so gut, dass manchmal, hast du gesehen, zum Beispiel, wenn zwei Kassen ziehen sich und die beiden gefällt sich nicht. Hast du das gemerkt, dass die Kassen die machen und die Kassen hauen sich fest und danach beide fangen an, sich voneinander zu trennen und nicht streiten und nicht zu sagen. Und das ist eine Besonderheit von dieser Energie. Diese Energie kann sich so gut anpassen an Situationen. Diese Personen wissen, wann eine Situation kann mit mir. Es überfordert mich. Und dann vermeide ich die Diskussion. Ich vermeide die Konflikte. Ich vermeide, weil ich ein Problem habe, weil ich Angst habe, was passieren konnte, wenn ich eine Grenze zähle. Und das ist so wie der Punkt mit dieser Person. Lass nicht auf andere Menschen dich, wie heißt es, invasiv auf Deutsch, unterschrieben. Andere einfach keine Grenze seien. Das ist sehr tief jetzt von der Nummer eins. Konntest du uns ein bisschen von jeder Nummer so ganz klein vielleicht einen Hinweis geben, damit die Leute ein bisschen so damit in das Gefühl gehen? Und vielleicht können wir später auch so Videos anbieten, wo die Leute uns einfach schreiben und sagen, hey, ich bin die Nummer acht. Kannst du mir ein bisschen über die Nummer acht sagen? Ja, oder erzählen? Und dann können wir ein bisschen mehr darüber reden. Wäre das möglich heute? Ja, ja, ja. Machen wir jetzt so wie eine kleine Runde für jede Nummer, wo ich kann für jede Nummer sagen, wovon die Energie kommt. Ja? Für die Nummer eins aus den Niedern. Aus den Niedern und aus den Blasen. Für Nummer zwei, fünf und Nummer acht, die drei Nummern gehören zum Element Erde. Und alle drei nehmen ihre Energie aus den Machen, Milch und Bauchspeicheldrotten. Das ist das Wichtigste für diese Organe. Aber wie weißt du, dass eine Distortion in dieser Energie ist? Weil du hast viel Brügel und viel Sorge. Du denkst immer auf den gleichen Tag und Nacht. Du denkst viel. Und dann, so spricht das Organ mit dir. Wenn die Person durch Getreide, hochwertige Getreide, Vollkorngetreide, gut gekocht und eine harmonische Energie, die diese Organe bringt. Und dann, das wird für dich Fokus und Konzentration geben. Ganze Stabilität, ganz Ruhe, inneren Ruhe, Sicherheit. Für die Kie Nummer drei, zum Beispiel, die nehmen die Energie aus dem Lieber- und Gallenblasen. Aber mehr aus dem Gallenblasen. Weil das sind Holzelemente. Holzelemente haben die Nummer drei und die Nummer vier. Die Nummer drei hat eine Besonderheit. Und es ist so wie eine, wie heißt das, wenn es jetzt rechnet, die kommt ein bisschen Beleuchtung, die ganz laut ist, ein Blitz. So wie ein Blitz, so ist die Energie von Nummer drei. Die Nummer drei nimmt die Energie aus dem Gallenblasen. Und hier ist ganz besonders, weil, guck mal, die Gallenblasen ist so wie die Sekretarie von unserer Lieber. Wenn wir essen, viel kirchische Proteine, viel Fett, raffiniertes Mehl, raffiniertes Fett, fertige Produkte mit viel Geschmack, artificiallem Geschmackträger. Und dann, wenn der Lieber hat Schwierigkeiten, diese Lebensmittel zu verarbeiten. Und dann kommt die Gallenblasen und kommt und macht so, schickt ein bisschen von ihrer Flüssigkeit. Und hier, in dieser Nummer drei, die gehört auf Saison, die Frühling. Und in dem Frühling sehen wir auch das. Wenn ab Ende Februar, Anfang März, ist eine große Jail, Energie auf der Erde. Das ist der Grund, warum die Bäume, die Pflanzen fangen an, die Knuspen. Damit diese Knuspen kommen, braucht es viel Energie. Und das ist die Energie, die macht die Gallenblasen, macht auch die Junk in unsere Atmosphäre. Deswegen, für diese Kie, die Emotion ist die Sorn. Sorn und Neidigkeit. Also, es tut mir leid, aber wir sprechen jetzt über Gallenblasen. Ja, ja, klar. Und wir hatten diese Emotionen, die wir nicht haben wollen, aber das, was wir leider haben. Wenn die Person durchleben, den Geschmack, pardon, den Geschmack, den Geschmack, den Geschmack, den Geschmack, Zitrone, Umeboshi, diesen Geschmack gefällt viel dem Lieber. Damit er seine Funktion machen kann, damit die Gallenblasen nicht so oft kommen, um zu helfen. Wenn durch Leben später die Person immer eine harmonische und gesunde Ernährung, dann diese Energie von Sorn und Neidigkeit wehrt sich in Kreativität und Leidenschaft für das Leben. Und das ist traurig, Risiko. Nummer drei, die Risiko. Ja. Ja. So ungefähr, overflashig wäre das. Und die Nummer vier nimmt die Energie mehr aus der Liebe. Denn Nummer vier ist nicht mehr wie ein Blitz, ist mehr wie den Wind. Er holt Wind. Der Lieb ändern, der Lieb neue Sachen anfangen, genauso wie den drei. Aber der ist mehr ruhig. Der ist mehr ruhig. Normalerweise, der bringt zu Ende die Sachen. Die Nummer drei fängt an, die Sachen. Und danach macht die zum Ende. Die Nummer vier bringt die Sachen zum Ende, weil er ist mehr Sorn. Aber auch hat ein Thema hier mit den Sorn. Weil der Nummer drei ausdruckt den Sorn, explosiv. Der Nummer vier bleibt ruhig und sagt nicht. Aber er lasst das am Hintergrund am Verarbeiten. Er lasst das, er lasst das. Und wenn irgendwann ducke ich ein Chante, dann kommt der Nummer vier und rrrrrr. Macht dich fertig. Das ist super lustig, weil ich habe Personen, die ich mit diesen Sachen hilfe. Und es ist unglaublich, wie man merkt, dass es stimmt dazu. Okay, die Nummer fünf ist auch Erde. Die Unterschiedlichkeit zum Beispiel mit der Nummer zwei ist, dass die Nummer zwei ist so wie eine Mutter. Die haben eine Besonderheit, um wissen, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst, die Nummer zwei. Ich weiß, was du brauchst und ich gebe das, was du brauchst. Aber manchmal ich manipuliere dich. Weil wenn du mir nicht das, was ich dir gegeben habe, dann suche ich eine Zette, ein Irgendetwas, wo du dich schuldig fühlst. Weil du gibst mir nicht, so wie ich dir gebe. Ja, das ist die Besonderheit für Nummer zwei. Die Besonderheit für Nummer fünf, die auch Erde ist, ist, die nimmt auch aus dem Magen Milz, Bauspeicheldrosse, seine Energie. Und diese Personen, Nummer fünf, von neun Experten, die fünf sind irgendwie so wie in der Mitte. Und dann sind sie sehr ausgewogene Menschen. Und die haben Interesse an alles. Aber hier das Wichtigste für diese Menschen ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Die sind Personen, die zum Beispiel, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, die suchen, dass alle gleich behandelt sind. Dass das nicht ein Vorteil für einige und für andere ist egal. Dann die Nummer fünf akzeptiert das nicht. Und dann ergeht. Weil die Nummer fünf ist eine Person und das ist auch andere Besonderheit. Wenn die Sachen gehen, ist schlecht, die versuchen immer zu helfen, eine Lösung zu finden, einen Weg. Und wenn hier klappt nicht, und dann versuche ich hier, dann sage ich, bis irgendwann sagen die, fertig, nicht mehr. Und dann ist es nie wieder. Dann ist es nicht mehr. Es ist tot, die Situation, die Person ist tot. Also die versuchen, 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 bis irgendwann merken die, dass egal wie ich mache, die andere Person oder die Situation ist nicht offen für eine gesunde Möglichkeit, wo alles zufrieden und gerechtigt ist und alles läuft. Und dann die Nummer fünf macht, okay, zugeschlossen und gehen zu anderen Motivationen. So einfach. Mach das. Nummer sechs und sieben sind Metall, Edelstahl, um so zu sagen, Element. Und hier spielt eine Rolle als Organe. Zum Beispiel nehmen die Energie aus den Lungen. Aus den Lungen. In der Station ist der Herbst ungefähr. Und die Emotion hier ist der Perfektionismus. Es ist unglaublich. Und die Traurigkeit vielleicht. Pardon? Hat die Traurigkeit vielleicht auch was zu tun? Ja. Die Traurigkeit und die Depression hat viel zu tun mit den Lungen. Hier ist es sehr oft eine besondere Beziehung mit dem Vater oder mit Autoritätsfiguren. Weil diese Person, und das hat zu tun viel mit der Kindheit, wie viel bist du selbstkritisch. Diese Personen machen kein Risiko. Sie sind superperfektionierte, superdisziplinierte Menschen, superstrukturierte Menschen. Und wenn du alles so perfekt versuchst zu machen, so strukturiert, dann gibst du keine Chance, dass das Leben dich überrascht. Weil du willst alles unter Kontrollen haben. Und das ist eine Disharmonie vom Lungen. Ja, das ist so faszinierend, dass wir immer wieder uns zurück zu dieser Balance bringen können. Durch die Lebensmittel. Und ja, dass diese Möglichkeit dargestellt, das ist total toll. Ja. Aber Brenda, ich muss ehrlich sein. Die Ernährung spielt eine Rolle superwichtig in unseren Emotionen, in unseren Gedanken, in wie wir das Leben sehen. Aber man muss einen Kompromiss mit sich selbst machen. Das funktioniert so. Alles, was passiert in meinem Leben, habe ich verwirklich. Es ist ein Spiegel von etwas, was drinnen in meinem Unbewusstsein ist. Die Ernährung hilft dir. Und dann können wir auch mit Wachbluten in Besuch mit Astrologie, damit die Person macht diesen Klick. Aber klar, die Person muss die Verantwortung nehmen. Weil es deine im Unterbewusstsein nicht meine. Ich kann dir helfen, aber dann die Person muss bewusst sein. Es ist ein Kompromiss. Ja, das ist nicht der Weg der Aspirin, die ich eine Aspirin nehme und die Kopfschmerzen geträgt habe. Aber man sollte etwas machen, damit diese Kopfschmerzen nie wieder zurückkommen. Also diese Methode können wir wirklich auf den Grund von der Krankheit, von der Desphalanz, von der schlechten Laune, von so vielen Sachen, das sind Sachen, die wirklich uns helfen und heilen von der Tiefe her. Und nicht nur für heute und morgen, sondern für ein ganzes Leben. Katharina, wir haben noch die Nummer 8 und die Nummer 9, wenn ich mich nicht täusche. Ja. So eine kurze Zusammenfassung. Ja, machen wir jetzt hier schnell die Nummer 9 und die Nummer 8, damit ihr auch eine Idee habt. Die Nummer 8 ist auch Erde. Und die Betontheit von Nummer 8 ist, die sind sehr mächtige Leute. Also die sind sehr mächtige Menschen. Guck eine Berge. Die Nummer 8 hat einen Besuch mit Bergen. Mit Bergen. Wenn du hier eine Berge siehst, eine Berge fängt an von hier. Fang an von unten. Und passieren viele Sachen, die kommen noch andere Schichten. Und dann noch andere. Es ist ein Prozess, wie eine Berge sie spielt. So ist der Charakter von diesen Menschen. Dann klar, sind sehr mächtige Personen. Wichtige Leute sind am meisten Nummer 8. Aber sind Personen sehr strukturierte. Und die lieben ihre Routine und ihre Ruhe und ihre Struktur. Und die bewegen sich nicht. So wie ein Werk eigentlich. Man kann sich vorstellen, es ist der Mächtige. So, ich bin hier. Und ihr könnt zu mir kommen. Ja, ich gehe nicht zu euch. Also, versuch mich hier zu erobern. Ja, es ist unglaublich. Diese Personen haben immer Geld. Diese Personen haben keine Probleme mit Geld. Weil die sehen, das Geld kommt zu diesen Menschen. Die haben eine Energie, ganz besondere Energie fürs Geld. Aber damit diese Energie fließt, dann müssen die viel, besonders die Elemente Erde, die Nummer 2, die Nummer 5 und die Nummer 8, sind die drei Energien, die mehr vorsichtig sein sollten, mit die Ernährung. Besonders jeden Tag, in jeder Mahlzeit, voll Korngetreide, gut gekocht. Wenn du nicht die Techniken, wie man das kocht, dann lieber mach das nicht. Weil dann kannst du deinen Magen noch mehr beschädigen. Lieber lernen. Diese Personen brauchen die Makrobiotik-Dil. Besonders die Elemente Erde. Diese Personen, die haben viel bewusst auf sozialen Sachen. Zum Beispiel gegen Diskriminierung, gegen Umwelt, sowas. Aber die bewegen sich nicht. Die bewegen sich nicht. Die warten, dass jemand das macht. Aber an diese Personen kann man vertrauen. Die sind super zuverlässig, super ehrlich. Diese Personen werden nie dich betrugen oder verraten. Sie sind super zuverlässig. Nur, dass die lieben ihre Ruhe. Die lieben ihre Ruhe, ihre Strukturen. Und von hier bewegt mich keine. Sie sind ein bisschen stur. Die haben ihre Ideen. Und von meiner Ideen bewegt mich keine. Wie eine Berge. Wie eine Berge. Das ist unglaublich. Und dann haben wir die Nummer 9. Das ist die Polarität vom Wasser. Dann ist Feuer. Und hier die Person mit einer Schien Nummer 9 nimmt seine Energie aus ihrem Herz. Aus ihrem Herz. Und dann, hier haben wir einen Aspekt, den ich besonders finde. Wenn du, wenn eine Person Nummer 9 neben dir ist, du merkst das. Weil du fühlst dich sehr gut immer neben ein Nummer 9. Die haben diese Befundenheit. Die Leute fühlen sich gut neben diese Person. Und dann, das kann gegen diese Person spielen. Weil wenn du, wenn die Grundlage von deiner Selbstliebe ist, wie die anderen Menschen fühlen sich neben mir. Dann bist du abhängig von Menschen. Und das ist das Problem mit diesen Personen. Die lieben Party. Die lieben viele Menschen. Diese Personen haben eine Besonderheit, für Bekannte zu werden, für berühmt zu werden. Weil es die Energie ist. Diese Personen bringen alle Geld und Chancen in das Leben durch Kontakte. mit Freunden. In den Gruppen, wo meine Freundinnen sind, da habe ich mein Glück. Es ist super wichtig für diese Personen, dass sie in Kontakt mit Freunden haben. Aber, dass nicht die Grundlage von meinem Wohlbefinden ist, dass ich nur mit meiner Freundin bin. Ich muss zeigen für mich alleine, damit ich auf mein Herz schaue. Weil wenn du dich ausschaltest, von deinem Herz, dann bist du abhängig, mit schlechten Launen, ein bisschen Narzissist. Mit dieser Energie müssen wir sehr vorsichtig sein, mit Alkohol. Hier gibt es eine Tendenz mit Alkohol, Drogen und sowas. Warum? Weil Junk ist Warn, ist Energie, Bewegung. Und wenn diese Personen haben Stress und Situationen, die ein bisschen überfordert sich fühlen, dann greifen sie auf Alkohol. Warum? Weil Alkohol ist Genie. Und dann ist dieser Alkohol so wie das Koffe in deinem Herz. Und dann die Person ist ah. Und dann kann sie lachen, wisten, party machen. Aber wenn der Effekt von Alkohol weht, in deinem Herz ist noch mehr zugeschnitten. Und dann brauche ich noch ein bisschen Alkohol, damit es nochmal super gefährlich ist. Es ist super gefährlich. Wie kann ich diese Energie pflegen? Du kannst diese Energie pflegen mit gutes Oil. Non-raffiniertes Oil. Ich investiere gerne in Oil. Wie heißt das? Non-raffiniertes Oil, Oliveneul, Sesam-Oil. Kokos-Oil ist auch gut. Ja, aber der Kokos-Oil ist ein Fett, das mehr für Südamerika ist. Weil die kommt auch Südamerika. Es ist ein sehr gutes Fett. Aber für wir, die sind hier in Deutschland, ist es besser, wenn Oliven-Oil und Sesam-Oil. Kalt-Extraillette, Kalt-Extraillette und Reisenhilfe und sowas. Das ist genauso auch wichtig für den Herz. Kurbiskernen, Sonnenblumenkerlen, Chia-Samen, Lime-Samen. Diese Samen, alle diese Samen und Kernen sind bitterlicher Geschmack. Und wenn du verroschst, die haben einen bitterlichen Geschmack. Und die sollten jeden Tag in deinem Musli, in deinem Salat, jeden Tag. Diese Personen brauchen Obst, besonders diese rotigen Obst von Samen. Weil die Salzon ist Samen. Erdbeeren, Heidelbeeren, Aprikoten, Wassermelonen, alle diese saftigen und erfrischenden Samenlischen Obst, helfen auch und die Energie von unserer Unterrichts. Und so ungefähr. Das sagt uns, menschlich ein bisschen den Reisen für jede Kieb. Ich hoffe, dass es interessant für jemanden ist. Ja, bestimmt, bestimmt. Also, es ist faszinierend. Und ich finde auch, wenn man ein bisschen weichen, kann man sich viele Sachen erklären, warum vielleicht nicht so im Balance gerade die Person ist. Oder auch die Kinder. Ich meine, wenn wir Kinder haben und dann wissen wir, welche Nummer denen gehört, die Kie-Nummer. Und dann, wenn das Kind unausgeglichen ist, wenn der sornig ist, wenn der zu träger ist, wenn der man kann schon damit etwas tun, damit dieses Kind ruhiger wird oder mehr Vitalität hat, man kann das beeinflussen, als Eltern. Das interessiert mich immer auch sehr, weil ich selber ein Kind habe und es ist nicht immer einfach, wissen wir alle Eltern. Und vor allem mit dem Essen, das ist kompliziert manchmal. Aber wenn man diese Tipps hat, dann hat man schon viel, finde ich, in der Hand ein Werkzeug mehr, die man benutzen kann und ja, in einer Ausgeglichenheit zu sein. Katalina, wunderschön, was du uns erzähl hast heute. Du hast hier ein super wichtiges Verhältnis genauer gesprochen und zum Beispiel in einem Diagnostic kann man wissen, mit welchen Energien ich fließe und mit welchen Energien ich Probleme habe. Und dann zum Beispiel, wenn du machst die Kalkulation und du merkst, dass dein Kind ein Nummer 3 ist, zum Beispiel, Achtung, mit dieser Nummer 3, weil die Nummer 3 hat kein Respekt Autorität sind. Die folgen keiner Autorität. Die ziehen Reben von Natur und die einzelne Möglichkeit, wo ein Nummer 3 dich respektieren, ist, dass er bewundere dich, die Sachen, die du machst. Die folgen, wie heißt das, Führer, die brauchen einen Führer, nicht einen Chef. Und wenn du kennst, jede Energie hat bestimmte Nummer, wo die Energie fließt, und bestimmte Nummer, wo die Energie ist, so wie unangenehm. Und wenn du als Mutter kennst, die Energie von deinem Mann, von deinem Kind, von deinem Chef, von deinem Arbeitskollegen, dann hast du so eine Lebenseinstellung, wo du, okay, das weiß ich, einfach, ich weiß es nicht. Ja, man nimmt weniger persönlich, sagen wir so, Sachen, die kommen von außen, ja, also, weil man weiß, das hat nicht mit dir zu tun, sondern vielleicht mit dem Chef, der Nummer neun hat, ja, feuerlich ist, ja, und nicht eigentlich mit dir, also, das hilft uns auch, eine bessere Kommunikation mit unserer Umwelt zu haben, ne, das wollte ich dir auch fragen, so, es gibt bestimmt manche Elemente oder Nummer, die sich besser verstehen und andere eher weniger, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich ein bisschen weniger versteht, man kann in Kompromisse gehen, oder? Was meinst du darüber? Das hast du gerade gesagt, ist super wichtig, Brenda. Wenn du diese Sachen verstehst und richtig interessant findest und willst du mehr wissen, du fangst an, mehr empathisch zu werden, weil du verstehst, dass, was die anderen Menschen machen, hat nichts zu tun mit mir, sondern mit den inneren Emotionen, die diese Person drinnen hat und dann wenn dein Chef sagt was mit einer Tonne, die nicht so nett ist, dann fühlst dich nicht mehr beleidigt, einfach voll verständlich, weil du weißt, dass vielleicht Riffan Nummer neun braucht Aufmerksamkeit, wer weiß, wie zu Hause ist, da fangst du an empathisch zu werden, weil du verstehst, dass wir sind kosmologisch verbunden, ob du glaubst oder ob du glaubst das nicht, das funktioniert, wir sind kosmologisch verbunden und jede Person hat das gleiche Schmerzen als du, nur zum Beispiel du hast die Schmerzen mit deinem Mann, ich habe die Schmerzen mit meinen Kindern, die andere hat die Schmerzen in der Arbeit, die andere mit den Freunden, aber wir sind alle verbunden und das zu verstehen und nicht mehr uns zwischen uns treten sondern einfach jeder macht sich verantwortlich okay mein Chef hat mich angeschrien wie fühle ich mich und was hat zu tun mit meiner Kindheit zum Beispiel die zeigen uns die Verletzungen von unserer Kindheit alles hat angefangen in unserer Kindheit waren unsere Eltern böse No die haben das Beste für uns gemacht mit dem Bewusst Ebene wie die damals hatten aber alles hat sich geändert heutzutage hat man viel Information und wenn man sich interessiert kann man viele Sachen verstehen und das Wichtigste feilen andere Entscheidungen treffen wo mehr harmonisch für mich für meine Kinder weil alles fängt an zu Hause von zu Hause gehe ich auf die Welt die Wörsen sind zu Hause deswegen finde ich das eine super tolle Einstellung für Mutters damit sich ihre Kinder und sich selber mehr ein Stückchen mehr zu kennenlernen wie Mantik also wenn ich viel Wasser habe natürlich werde ich viel emotioneller oder sensibler sein als ein Metallelement und dann kann man das schon verstehen warum der Mann die Metallist sagt wieso heulst du immer und ich was hast du weh ich bin Wasser ich fühle mehr also das ist wirklich sehr hilfreich also Catalina ich glaube für heute sind wir fertig es war wunderbar also wir laden unsere Freunde ein uns zu fragen wenn schon die Keynummer haben können wir Videos machen ein bisschen aufführlicher vielleicht nach Keynummer also wenn ihr möchtet ihr seid herrlich eingeladen uns zu schreiben Catalina Dankeschön Küss Ich danke dir Brenna Ich danke dir und danke an euch alle die uns guckt und beobachtet verliert kein Video mehr also subscribe schreibt euch hier meinen Kanal auch Catalina lasse ich da unten in der Infobox und ja verliert kein Video die wird super interessant noch werden bis dann Tschüss Ciao Bis zum nächsten Mal